So, hier wieder zurück beim Mord aus Schatten. Oh, ziemlich ruckalig jetzt gerade, das ist nicht so schön. Okay. Stirb. Das dauert alles viel zu lange. Sie sollten ihnen einfach die Köpfe abhacken und dann geht es weiter. Winzler und jammere, du Stück Schreck. Oh, schnaß. Schleicht da jemand umher? Schau. Okay. Okay. Hab ich mir wohl nur eingebildet. Guten Tag, meine Wärter Herr. Gut. Genau, der Sklaventreiber, dem werden wir uns jetzt kümmern. Das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablekungen besorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder stattliche. Okay. Das ist bereits tausend Jahre. Töte den Hauptmann der Angst. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Weitläufer getötet hast. Okay, das hat nicht so gut gegabt. Wir werden dich zerfetzen. Ich hab ihn gleich, hab ihn gut. Alle auf einmal. Ich hab ihn nicht so gut. Es gibt so wirklich nicht Okay, und du kommst auch noch auf meine Feldliche Wenn ich diesen Waldläufer sehe, dann werde ich ihn bleiben Okay, und du kommst auch noch auf meine Feldkirche Soll er am Pranger sterben! Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt! Ich selbst will euch schlafen! Da war doch ein Geräusch! Ihr dachtet wohl, ihr werdet still genug! Kein sprechlicher Mensch kann einem Uruch entspannen! Waren wohl ran! Ganz sicher! Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge! Seht ihr diese Sklaven? Sie dachten, sie könnten fliehen! Und nun werden sie am Pranger zu tun! Eine Schande, dass ich dich töten muss! Du wärst ein gutes Sklaven! Ja! Und du wärst einen guten Kopf abgeben hier! Boah, da gesessen! Klinge! Denk, entlang! Ja! Töte ich deine Meinung, komp! Alles mal! Schmerz! Offen Sie, das Problem! Schmerzen Sie! Ich mache, sage! Okay du, oh ich habe einen Trauer. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Du bist also vor zehn Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier um mich für Hochfahrer zu verhaften, Hauptmann. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnisoren, Hirtgang. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davon gerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig Blut. Komm mit mir in unser Lager. Ich frage meine Spächer. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Auftrag abgeschlossen. Man kann über die Ork sagen was man will. Aber sie verstehen es macht zu demonstrieren. Nur will ich für solche Geräte die Pest holen. Spanieren. Es ist zu Beginn. Säsch. Ja. Was ist das? Von der Seite! Wenn du wieder davon rennst, muss ich wohl einen meiner Gurka losschicken. Rett mit dir! Nicht locker! Der mit dem Irrenblick ist wieder zurück. Schnappen wir uns jetzt, ist die Frage. Okay, wir holen ab. Kommst du raus, damit ich dich töten kann! Kommt! Ich habe was gesehen! Der Tag wusste, dass er sich hier aufnehmen kann. Ein guter Hauptmann kennt keine Furcht. Nur so hältst du das jetzt nicht. Wenn du was töten willst, dann kämpf gefälligst richtig mit deiner Axt oder einem Schwert und stoß nicht einfach einen Speer aus sicherer Entfernung in die Eingeweide. Habt ihr das gehört? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Okay. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen safe. Jetzt können wir uns mal wieder neu orientieren. Sehr schön. Gut. Waffe und Runen. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Die Klinik-Hagel-Tötung. Sehr schön. Verbesserungen. Beim Einfähigkeitspunkt. Was für ein Klinik-Hagel-Tötung. Okay. Okay. Ich hätte gerne die Karte mal. Machen wir das dann. Okay. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Du musst mal Informationen sammeln? Aha. Okay. Das ist ganz wichtig. Aber na gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin noch drei. Macht's gut. Ciao.